Super, toll, freut mich wahnsinnig. Ich habe noch nie bisher so etwas Cooles erlebt. Der fünfte Platz bei den Olympischen Spielen war wirklich sehr schön, aber jetzt mal erster bei einem Make-Up zu sein ist richtig toll. Ich habe von dem Shoot-Off gar nicht so viel mitbekommen, es hat nur geheißen, ich muss jetzt noch mal laden und noch mal schießen. Das habe ich dann getan und ich habe es gar nicht so richtig mitbekommen, wenn ich ehrlich bin. Gott sei Dank. Der war ja gut einen Ring vor mir und ich habe mir eigentlich gar nichts mehr ausgemalt, weil die Chinesen sind einfach gut und sind die Besten. Dass der jetzt noch mal einen Siebener schießt, das konnte ich auch nicht ahnen und habe halt versucht, noch einen guten Schuss zu machen und das war jetzt von der Anspannung ja nicht so extrem. Jetzt seit Januar sehr viel. Wir trainieren jetzt viermal die Woche im Team und an Wochenenden und auch nur, weil mein Arbeitgeber Gott sei Dank mir die Freistellung gibt. Ich bin normalerweise Hobbyschütze und habe eigentlich nicht die Möglichkeit richtig professionell zu trainieren, wie in der Bundeswehr oder in der Polizei, aber mein Arbeitgeber ist so kulant und gibt mir jetzt frei für Training und für Wettkämpfe. Das ist super. Meine Kollegen natürlich auch, die sind toll. Nächstes, also das Nächste ist jetzt hier Weltcup in München. Ja, ich wünsche euch noch was und macht's gut. Es war toll hier. Jetzt schießen wir doch mal liegend.